Hallo und herzlich willkommen zu den ergänzenden Videos zu meinem E-Book E-Gitarre-Übungen und Licks Pack 1. Ich werde in diesen Videos ein paar grundsätzliche Dinge erklären, zum Beispiel zum Umgang mit Metronom, wo du die Grundtöne auf der tiefen E-Seite findest und ich werde diverse Übungen vorführen und ich werde jeden einzelnen Lick nochmal schnell und langsam gespielt mit verzerrten und unverzerrten Sound vorführen auf diversen Seiten. Licks 7. Zunächst mal mit einem cleanen Sound. Das Ganze mal ein bisschen langsamer und noch langsamer. 3, 4, 1 und dann. Das Ganze nochmal schneller. Beziehe ich jetzt mal mit ein bisschen Delay. Übung 5. Wieder bei einem mittleren Tempo. Hier geht es um dieses String Skipping, dass man eben einzelne Seiten überspringt von der Anschlagshand. Ich mache das mal vor. Und auch auf diesen überbundenen Ton hat man schon Vibrato drauf. Das Ganze mal langsamer. Jetzt mal ein bisschen schneller. Und jetzt wie immer dann nochmal mit einem verzerrten Sound zum Abschluss. Das Ganze mal mit einem verzerrten Sound. Und 3, 4 und... Das Ganze mal mit einem verzerrten Sound. Das Ganze mal mit einem 못醫 Vielen Dank.